Mein Name ist Michael Bammer, bin 18 Jahre alt, komme aus Grünem Allenthal und lerne den Beruf Tischlereitechniker im vierten Lehrjahr. Meine Tätigkeitsbereiche sahen das Arbeiten mit dem Werkstoff Holz natürlich und mit anderen Materialien, das Einstellen von Maschinen und den Maschinenarbeiten und das Fertigen noch planen. Für diesen Beruf sollte man handwerkliches Geschick, räumliches Vorstellungsvermögen und Teamgeist mitbringen. Meine Ziele sind, dass ich die Lehrabschlussprüfung positiv abschließe, im Betrieb bleibe und in die Planung komme. Lebe dein Talent, die Lehre. Dieses Berufsporträt widmete Ihnen die WKO Oberösterreich.